Lala... Nicht grad spannend, der Kampf. Stirb endlich! Ich hab echt ne bekackte Trefferquote, muss ich sagen. Shit, was waren das für riesige Waggonteile, ey? ETF? Die waren aber richtig gigantisch. Ja, und die Imperiale Garde hat natürlich Widerstand, das finde ich sehr gut. Blöd jetzt, wenn wir da hinkommen und alles verloren ist. Das ist Inquizzer Drogon. Ich brauche Urgentes Unterstützung, sagt Manufaktor und Majakis. Sie sind nach dem Experimental-Divis. Der Divis ist sicher, wenn man sie in der Zeit. Ich habe sie verloren, aber jetzt bin ich verletzt. Wenn ich sterbe, muss ich den Divis aus der Hand nehmen werden. Ich werde nicht verletzt. Ich brauche mehr Zeit. Ich war nur bereit. Ein Experimental-Divis. Wir müssen den Inquisitor finden, bevor die Orks gehen. Keep moving. Rest auf. Na ja, tapfer gekämpft haben sie bestimmt. Imperiale Garde. Na na na, weiter geht's. Experimental-Weapons? Und den Händen der Orks natürlich sehr, sehr scheiße. Kann natürlich nicht angehen. Captain, look. Die Orks müssen operieren. Dann werden sie nicht stoppen, wenn sie sich rechnen. Wir müssen den Kranen des Verlust. Komm her! 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 Sk Strategic nochmal Schnitzeln! Yeah! Boom! Noch mehr! Und auf geht's, 1, 2, und dann Oh, er ist hier, fuck, weg hier, weg hier, weg hier Nein, stun, 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 und E drücken Und ich dachte, ich überlebe das, wenn ich mich einfach mal reinwerfen in die Schlacht Ammo, Tür öffnen bitte Kommt her, kommt her, 1, 2, 3, so, klasse Mit solchen massen machen kann ich aber den Free Mode an, das nächste Mal Schön alles im Slow Mo, natürlich Sehr gut So, die ganz dicken sind natürlich immer gefährlich Die Boss, Boss-Mob, Mobs oder heißen die, glaub ich Ja, 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 ich weiß Da hinten kommt er Nein, ach Mann Okay, dankeschön Und die gleich auch noch Gut, ja, die Animation hat etwas gefehlt Aber egal Everything is under control Das wird zweifelig, aber Ja, 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 ja Ich will den Hammer endlich haben Und jetzt eins drücken, eins drücken, eins drücken Ja, sehr gut Schön, dass es noch Quick-Time-Event gibt Und gleich schnell ist nicht einfach so nieder Das ist gut, dass es nun Das geht klar. Oh. Kick up ammo, kick up ammo, noch mehr ammo. Sehr gut. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, daneben. Oh, nee. Ich hab grad noch so ausgewichen. Sehr gut. In den Rücken noch schnetzen hier. Bisschen Rückenfleisch rausschneiden. Oh. Aua, aua, aua. Ganz knapp daneben. Waffengewalt! Sehr gut. Stun, und... Was? Wie ist denn das jetzt passiert? Ich hab da irgendwie volles Live gehabt oder so und auf einmal bin ich tot. Wird der blöde Ork mich jetzt einfach so umgeboxt? A handful of Guardsmen holding that huge gate. They cannot blast off. Did manage to bring the access bridge down. Spice marines! Na ja, komm her. Ich schieße mal hier mit dem Schachtschutzengewehr. Das geht auch. Mann, geh da mal aus der Schusslinie. Was? Was? Das war's schon wieder? Nee. Komm hoch. Dankeschön. Na ja, glaub ich hätte eine Granade werfen wollen. Ich bin ein so schlechter Schütze. Unglaublich schlechter Schütze hier. Oh Gott, nee. Das war's bestimmt. Ah, weg hier. Oh, three in a row. Sehr gut. Keine Munition mehr. Da wird gewechselt. Kein Problem. Wir haben noch mehr Waffen. So, irgendwo gab's hier noch Munition glaub ich. Bin ich grad an Munitionen vorbeigelaufen? Na egal. Nicht so wichtig. Komplette, Komplette Kraftverschwendung. Kommt her. Ja, ich glaube man kann die nicht mal stunnen. Oder? Ne, kann man gar nicht. Die sterben schon vorher. Ja, schon klar wir bei uns da schon. Wo brennen die jetzt aber jetzt weg? Bleib hier. Ach, das ist jetzt wieder ne März oder was? Oh Gott. Zu viele Schützen. Ich bin oben wo ich sie so ausschalten. Gut, dass meine Kollegen nicht sterben können. Sehr gut. Und Auseinander nehmen. Wie er dabei lächelt. Ja, ist schon ein bisschen gemein der kleine Junge. Ich weiß gar nicht, wie hüppern überhaupt Space Marine. Ja. Ja.